Leute, es ist soweit. Ihr habt nach etwas gefragt. Ihr kriegt das jetzt auch. Etliche Jahre hat es gedauert, bis Maxi Markov diesen wichtigen Schritt geht. Wir haben jetzt einen Randomizer. Wir replacen alle Bosse mit irgendwelchen Bossen. Wir haben Gegner, die mit Bossen oder normalen Gegnern ersetzt werden. Also es ist Turbo-Random. NPCs werden nicht ersetzt. Und Enemies können überall geplaced werden, auch wenn sie keinen Platz haben. Es besteht zu 15% der Chance, dass ein normaler Gegner ein Boss ist. Ich habe bei anderen gesehen, die das auf 1% haben. Wir gucken jetzt, was mit 15% passiert. Also nicht wundern, wenn Dinge plötzlich... Ja. Oh. Also es fängt damit an, dass ich 1500 Seelen bekomme. Da ist jemand gestorben. Hast du gerade jemanden umgebracht? Es fängt schon mal gut an, Leute. Was soll das? Warte mal, es geht doch gar nicht los. Wer, wer, wer... Oh, shit. Ach, du bist hier. Ja, das erklärt einiges, Leute. Das erklärt einiges. Äh... Ich weiß noch nicht, ob hier schon mal jemand gestorben ist. Ja, der hat ein bisschen viel Range. Ja, lass mich jetzt mal durch hier. What? Okay, wir haben es gleich. Also Leute, ich kann... Also wir haben sehr viele Seelen. Okay, viele Seelen. Ah, Mann, ich höre auf. Das ist ja furchtbar. Du hängst nicht an der Decke. So, wen haben wir denn da? Äh, was ist das? Ah, Minotaurus. Da kommt die Kugel. Wir wissen noch nicht, wer die Kugel geschubst hat. Und ich muss auch sagen, ich habe noch nie erlebt, dass ich hier meinen Shit bekomme und den auch sofort trinken muss. Boah, ich bin gerade fast durch Falldämpfisch gestorben. Das habe ich jetzt erst gerafft. So, hier kommt langsam das erste Problem, Leute. Der hat Bock. Der ist motiviert. Oh, so habe ich das nicht gemeint mit dem ersten Problem. Ah, das ist ja nicht gut. Boah, der ist gerade... Der ist nicht durch mich gestorben. Der wurde gerade zertrampelt. Der wurde zertrampelt. Boah, hier, da ist ja noch jemand. Das ist ein Capra und ein Minotaurus. Oh, aber der tötet den. Oh ja, da warten wir. Da trinke ich meinen Kaffee, du. Jetzt ist hier die Frage, ist das ein Capra-Boss? Oh! Oh shit, der hat den durchgelassen. Nein, nicht. Ich dachte, ich stagere ihn. Okay, okay. Wir nutzen die Kraft des... Also Leute, ich komme hier mit 70 Leveln raus. Wir müssen das versuchen, positiv zu sehen. Jetzt haben wir hier mal ordentlich Platz in dem Laden. Easy. Easy. Asylum. Oh! Hi! Also es wäre geil, wenn du eine Dash-Attack machst. Das würde uns viel ersparen. Prima. Sehr gut. Toll, toll kooperiert. Die Gravitation ist unser Freund. Hello there. Warte mal. Also, warte mal. Hier ist ja alles... Hier ist ja alles... Jede Sekunde ist cursed. Also das Schwein da. Das ist wirklich ein Problem. Naja. Excuse me. Das wäre cool, wenn du mich hier vorbeilässt. Kriegen wir das gemanagt, dass ich hier vorbeikomme? Ich kann mich hier auch durchboxen, Leute. Ich habe einen Zweihänder. Was haben wir denn hier? Ja, das sieht ganz normal aus. Cool. Da ist ein Gargoyle. Ja, also... Bisher ist das ein ganz normales Game. So muss ich das Spiel wahrscheinlich angefühlen... Er ist gestorben. So muss ich das Spiel wahrscheinlich angefühlen haben, wenn man zum ersten Mal das spielt. Boah, da ist ein fucking Black Knight. Also, oh, da ist ein Black Knight City, Bruder. Also, den kriege ich hin. Oh, ich bin... Ich bin... Ich kriege den nicht hin. Was? Noch einer. Das ist ein Silver Knight. Okay, also... Den gebe ich erstmal eine Rückmassage. Die da unten sind stuck. Das ist schon mal gut. Der da ist AFK. Hervorragend. So. Und du bist Gott sei Dank einfach extrem scheiße. Ich nehme alles zurück. Wait, da ist dieser Vagrant oder so. Also, wir rennen einfach mal. Wir gucken, was passiert. Oh, da ist ein Kalabit. In dem Raum. Ach, du Scheiße. Ja, hier oben wird schon niemand ein Schlimmes sein. Hier kann ich ja mal eine Pause machen. Excuse me. Excuse me, Mister. Danke, danke. Der Drache hilft mir. Ja, kleine Scherbe. Herz auf. Mann, ich bin hier der Einzige, der arbeitet. Oh, der hat doch nichts verloren. Du, du... Also, thematisch würde ich sagen, ja. Warum du aber jetzt schon auf mich zukrabbelst, das verstehe ich nicht. Bleib da. Also, für den brauche ich einen Monat. Oh, das ist das nicht gut. Das ist... Das ist gar nicht gut, Leute. 30.000! Let's go! Die habe ich mir verdient. Okay. Also, die schlimmste Hölle, Leute. Ich will nur sagen, das macht alles Spaß. Und es ist fun und toll. Aber die Hölle ist hier oben. Oh, shit. No, 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 no. Ja, komm. Also, ist das hier das fucking A-Team oder was? Oh! Ein Pilz. Okay, unsere Waffe ist plus fünf. Wo können wir noch hin? Danke. Gutes Teamplay. Du schlägst mich jetzt bitte nicht. Oh, unlucky. Es ist sehr unlucky, dass er actually noch die Explosion getroffen hat. Ich meine, wir können ja noch mal nach... Wir können auch noch mal runtergehen. Richtung Schand... Start.